ein herz erfrischendes moin moin und herzlich willkommen zurück zur minecraft atm alle tollen mods mit nephias hi hi nephias na oh shit ich hatte und ich habe auch mein hier mein kleider hatte ich nicht ausgerüstet gehen wir los wir brauchen blaze und ich gerade entschieden wir gehen dahin wo goro letzte folgen abgebrochen hat zusammen kriegen wir da unten ein paar blazes tot und ich habe einen cursed lasso das heißt wir können auch einen blazen mitnehmen sehr gut sehr gut für eventuell ein paar sachen die wir vorher noch mal regeln müssen ich muss aber mein bogen verzaubern die level abgeben und meine axt reparieren und eine pickaxe brauche ich eine bessere pickaxe hattest du mir nicht eine gemacht ne ich habe dir nur ein rapier gemacht guck mal hier in die kiste hier ist auch schon power 4 in der kiste ich habe ein paar bücher verzaubert gehabt vor fünf folgen oder so hatte ich nicht auch viele abgegeben fortune efficiency so einige sind auch noch in der im ma stimmt aber power 4 kriegst du hier wenn du die kombinierst auf power 5 easy multi shot ist auch nicht schlecht und infinity ist auch in der kiste habe ich gerade gesehen power 4 ist hier das stimmt zweimal power 4 einmal infinity habe ich gesehen und multi shot aber die musst du ja erst mit drei zaubern das muss es ja so komisch kombinieren da musst du dir erst wie viele wie viele kann ich denn drauf machen mehrere aber du musstest sie glaube ich so komisch kombinieren meine ich haben wir noch lapis ja ich bin level 30 und es gibt ein fettes achievement level 30 ja also astra sorcery level 30 ach so also bei deinem bei deiner motto das ja ja es hat gerade voll das achievement den achievement sound gegeben so level 24 wie konnte wie macht man das nochmal mit büchern ich weiß auch nicht wie warten das also den bogen rein machen das kann ich und lapis auch aber dafür zauber ich ja hier was nein die bücher muss ich doch mit namen aus machen ach ja und du brauchst level saugt schon mal level raus und ich habe 25 so power oder power erst mal infinity geht auch noch unser anboss kaputt ich baue neun nee wir haben noch ein ach so haben wir noch an will ja das habe ich gerade rausgenommen und dann power habe ich infinity habe ich ich komme nicht zu viel was war denn das letzte noch muss ich mich echt resetten ich will mich nicht resetten das ist weil ich hier lang gegangen bin ich kann schnell schwimmen aber dann schwimme ich mal und multishot gucken wie das funktioniert level ich jetzt noch dass wir beide voll aneinander vorbei du bist gerade aber zauber da kann ich dir nicht helfen muss jetzt gerade mal gucken ob ich noch level hab den back dass ich nur 20 ap aber ich das wird schon aber da kann ich meinen bogen eigentlich reparieren ja mit einem anderen bogen ach so muss ich nur dafür sorgen dass der nicht kaputt geht alles cool alles cool nimmt ihr auch gleich mal ein schild mit MME haben wir ganz viele schilden ich nehme ein bisschen sicher ok ich nehme ein bisschen sicher ist ja ok was zu footen brauchst du noch gibt es auch coole schilde ich habe da etliche drin im MME System aber ich kann den mit dem rapier gar nicht benutzen doch lange lange gedrückt halten ach lol man springt erst zurück ja das ist in dem in dem modpack also in der version von minecraft ist es sowieso so dass du nicht die ganze zeit blocken kannst dann musst du es so machen. Du kannst nicht aktiv blocken, den Pfeil. Okay. Weird. Ein bisschen komisch. Ja, ist ein bisschen... Ja, Essen ist so eine Sache. Meine Eisenrüstung... Die muss ich noch mal... Boah, jetzt haben wir keine verzauerten Bücher. Die hol ich mal raus und tu die in die Kiste hinten, ne? Also wir haben 136 gebratene Spiegeleier. Ja, aber die Eier geben nicht so viel. Ganz viele Melonen. Ja, ich nehme ein Stack Eier mit. Für Notfallweich. Ich nehme ein Stack Fische und hau die noch mal schnell in den Redstone Furnace rein. Ah, unten haben wir im Keller noch Fische im Dings? Nee, ne? Ich habe jetzt einfach ein Stack Fische reingemacht. Du kannst... Ich habe sonst auch noch... Pockchop habe ich noch mit. Ja, aber Fische ist das schon gut. Ja, ein Stack Fische haben wir auch gleich. Also bis du das Dings gemacht hast, ist hier ein Stack Fische noch drin. Falls wir dann wieder zu Hause sind, können wir irgendwann den Fischer wieder anschmeißen. Weil Fische kriegen wir schnell irgendwie durch den Fischer. War auch viel Trash so. Naja, so ist das Leben. Sättel haben wir auch. Was machen wir denn mit den ganzen Leatherboots? Wegschmeißen, ne? Ja, oder wir können die irgendwie kaputt craften. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, ob wir die irgendwie... Äh... Weißt du? Ja, das Reparierte... Wir können irgendwie was bauen, dass wir die reparieren lassen und die werden dann zu zwei Leder kaputt gesammelt. Ah, guck mal. Guck mal, ist ja besser als... Also wir haben so viele Leather, ne? Dann müssen wir das mal automatisieren. Können wir die einfach kombinieren und dann passt das schon, glaube ich. Mal ein bisschen Autocrafting hier reinbringen, Kinders. Äh... Das regeln wir nächstes Mal, Freunde. Das regeln wir nächstes Mal. Ja. Eine Eisenrüstung noch schnell reparieren. Ach, was mache ich denn hier drüben? Noch ein ME. Auch nach hinten schmelzt auch noch ein WLAN ME oder so. Ah ne, da liegt eh ein Kabel. Da kann man auch noch ein ME stellen. Ja, aber das WLAN ME, das kriege ich auch noch hin. Das war ja sowieso Sinn der Sache. Ach, das ist ja hier so eine Tinkers-Dings. Macht man denn mit Pufferfisch? Nicht essen auf jeden Fall. Kannst du auch gewannen. Ja, aber du solltest sie nicht essen. Steht zumindest dran. Ja, sollte, haben, könnte... Ne, Fias. Du bist doch nicht so einer. Verzaubern kannst du mit dem. Potions machen. Bist doch nicht so einer, der Angst hat vor solchen Sachen. Du kannst den aufhängen und trocknen. Und was kriegen wir dann? Getrocknen Füße? Getrockneten Kugelfüße. Dann können wir den nächstes Mal aufhängen. Kein Thema. Dass wir das ME mal ausmachen, ist so ein bisschen blöd. Ja, aber irgendwas saugt ja trotzdem... Achso, du hast da schon was Neues aufgegangen. Okay. Ach nee, das kannst du abmachen. Das ist schon getrocknet. Achso, was ist denn das? Das ist Essen. Wie krieg ich das denn ab? Auf den oben drücken. Auf das Holz drücken. Das ist das getrocknetes Monsterfleisch hier. Hast du ihn da hingegangen? Sieht so doof. Der freut sich. Ja, klar. Freut sich. Siehst du, der freut sich total. Oh nein. Mein Endersack ist gerade ins ME gefallen. So, da ist er wieder. Man kennt es. Nefis Sack ist gerade ins ME gefallen. Ich repariere gerade meine Rüstung. Weil da unten wird es krass, Nefi. Da unten geht die Posse. Eisen ist noch im Crafting Table da hinten. Ich habe alles heile. Okay, nice. Ja, dann reiten wir los, würde ich sagen. Wo bist du? Hast du? Hinter dir. Lass uns nochmal kurz hinlegen. Auch damit du nochmal deinen Spawn Point setzt. Sicher ist sicher. Wieso kriegst du immer noch Schaden in der Endersack? Ich weiß das nicht. Ist du ein anderer Wand? Aber ist deins nicht auch an der Wand dran? Ja, ich habe auch. Nee, du hast so eine richtige Wand. Ich habe halt nur so einen Block, weißt du? Das wird. Und die Glas laufen so vor, ich komme hinterher. Ja, wir laufen einfach. Oh, bin ich schnell? Okay. Ich kann auch schnell. Nein, Spaß. Komm, ich kann auch schnell. Wo bist du? Bist du schon durch? Wo bin ich durch? Lauf ich richtig? Äh, ja, du läufst richtig. Also fliege ich richtig? Fliegst du? Ja, ich gleite. Ich bin gerade auf dem Baum gelandet und geglitten. Ach so. Ja, ich hätte auch mal mich hochduxen sollen hier. Ich gleite immer noch. Ich gleite hier durch den Wald. Ich bin hier wie ein junger Gott, bin ich hier am durchgleiten. So. Oh, ein grüner Papagei? Habe ich schon. Kannst mich nicht mehr catchen mit irgendwelchen Papageien. Habe ich sie alle gesehen. Ein grauer Papagei. Ah, den hast du schon. Bist du jetzt schon weiter als ich? Ich weiß es nicht. Ich bin oben auf der Map, kannst du das doch sehen. Ich bin kurz hinter dir. Ach, da bin ich. Ja. Ne, ich sehe dich irgendwie nicht auf einmal. Ich renne da jetzt einfach hin. Hier ist Öl. Öl. Öl ist immer gut. So, 200 Meter noch irgendwie. Ah, ich sehe dich. Zombie von rechts. Irgendwann. Ja. Ich habe ja auch das Dings geskillt, dass ich nicht mehr hüpfen muss bei einem Block. Dann laufe ich direkt hoch. Das hast du geskillt? Ja, wieso? Ach Gott, ich hasse das. Ich liebe das mittlerweile. Man gewöhnt sich so dran. Im Keller von dem Turm, da war das, ne? Ja, ganz genau. So. Eingang technisch kann ich dir sagen, der ist hier auf der anderen Seite. Hier drüben. Denk dran, deine richtige Rüstung anzuziehen. Und du hast noch den Gleiter an. Ja. Pack jetzt gerade um. Das ist die erste Herausforderung. Man könnte auch einfach einen Block setzen. Ich habe gerade keinen dabei. Okay, cheat. Scheiße. Wie kann es so schwer sein, in ein Feld reinzufliegen? Jump map jetzt. So. So. Dann hast du Fackeln dabei? Nein. Aber ich habe einen Block dabei, der uns Licht macht. Okay. Der macht überall Licht. Ich habe 23 Fakten dabei. Du hast ja eh, bis zur letzten Ebene können wir jetzt eh durchrushen. Du hast ja, bis dahin hast du ja alles, ne? Ja. Ich glaube, ich kann auch den Weg noch im Kopf. Glaube ich. Hier lang? Da ist noch ein Spawner. Oh, der Boden ist hübsch. Oder? Nee, falsch. Einmal wieder reinkommen hier. Der Boden ist wirklich nice. Nee, hier ist. Nee. Hier bei mir. Da, wo du bist. Ja. Das ist halt, weil mein Waypoint auf der anderen Seite ist. Ist ein bisschen probiert. Ähm. Ja. Hier bei mir. Das ist. Das war schade, war das. Laufen wir an den falschen. Ich gucke da so grob rein und denke mir so, ja, der ist lang, da könntest du ihn hauen. Normalerweise ist es da, wo der Spawner ist, halt nicht. Deswegen so ein bisschen. Okay, jetzt wird es hier katakombisch. 50-50 Chance. Ja, den einen habe ich zugemacht. Der ist dann falsch. Oh, du hast nicht alles Porno ausgeleuchtet. Nee, wir wollen auch ein bisschen Action haben hier. Äh, hier lang? Oh, die Kiste ist doch nicht gelootet. Let's go. Okay. Ja, es kann auch sein, dass das mal ein ganzer Müll ist. Steaks? Ich denke nicht. Ich denke auch nicht. Apropos Steaks. Ich gönne mir mal ein bisschen was. Und ohne. Ich esse gerade noch mit. Oh, hier hat er sich noch nicht vorgetraut. Hier ist noch alles zu. Genau, das ist hier die... Ach, hast du mich erschrocken, Alter. Ich wollte das hier abbauen. Ja, Janne. In dem einen war ich drin, in dem hier. Nimm das Quartz mit. Nimm das Quartz mit. Nimm den Kram mit. Ich habe hier aufgemacht. Okay. Du gehst mal vor. Tatsächlich am besten, wenn wir nicht hintereinander stehen. Ja, warte mal. Stell du dich mal bitte vor. Ich muss kurz den Block raus von der Lichtmacht. Ich mache einmal den Spawner safe. Bitte platziere Licht. Hallo. Warum machst du es nicht? Mach ich doch. Nein, nicht du. Mein Ding hier. Ich mache hier die Spawner erstmal alle aus. Ja. Ich sammle in der Zeit schon mal Sachen. Oh, hier ist eine gute... Oh, da drüber ist Lava. Da wollen wir erstmal... Oh, das sind Kohleblöcke hier im Boden. Lecker mehr. Sind hier Spawner? Überall Spawner. In den Wänden. Überall das Ding. Ja. Und auch Lava in den Wänden. Also Vorsicht. Ich muss mal kurz was improvisieren. Das ist ein Diamantenblock hier. Kann sein. Geil. Geil. Hey. Shine bright like a diamond. Mein Gott, sind die Filzombies. Ich brenne. Warum? Das Lava. Nee. Ein Zombie kam auf einmal hinter mir und hat mich angezündet. Ich kann mit dem Schild in der Hand nix essen. Doch, lange rechts legen. Mach ich hier immer gegen dich? Doch, dann ist da alles auf einmal. Ach, das sind die hier. Ja, ja. Gehen wir mal wieder in den Gang? Oder ist der Gang schon durch? Ne, der Gang hier ist noch nicht durch. Da hinten sind wir noch kurz. Ja, ich muss kurz was bauen, damit unser Block nur hier leuchtet. Weil, wenn ich hinten auflasse, leuchtet der die gesamte Höhle aus, wo wir auch nicht sind. Alter! Baby, Tommy! Bruder, wo kommst du denn her? Bruder muss los. Bruder muss los. Komm mal. Ah ja, kein Stress. Was sind das? Block of Coal, ja. Krass. Hier drüben. Müssen wir noch Ludi, Ludi machen. Wie man so schön sagt. Ludi, Ludi. Ludi, Ludi. So, jetzt dürfte der eigentlich nur hier leuchten. Weil der hat keine Verbindung zur anderen Seite. Mach jetzt! Oder hast keinen Bock? Warte mal. Hab ich noch einen Block? Nee. Das leckt eigentlich auch einmal, wenn man den platziert, aber das leckt gar nicht. Da hinten sind viele Spinnennetze und eine Kiste. Äh, ja, die hab ich leer gemacht, aber die hier wollen wir machen. Okay. Aber, aber sei mal vorsichtig, weil oben drüber ist Lava. Könnte der Falle sein. Äh, ne, hier sind einfach nur ohne Ende spawnen an der Decke. Wir müssen nur ganz viele Fackeln hier platzieren. Achso, geht sogar hier noch weiter. Also kann man ohne Bedenken looten. Ja, ja. Ich kille mal die Monster hier. Ah. Oh, das ist sehr gut, das Papier. Das nehme ich mal mit. Ich bin... Hast du jetzt die Kiste gemacht schon? Ich hab noch gar keine Kiste. Ich mach die ganze Zeit die Monster weg. Achso. Ja, in den Kisten ist eh nicht so mega viel. Ich hab jetzt mal mein Müll da reingemacht. Oh, shit. Hinter dir. Habt ihr. Oh, danke. Ich will einmal kurz ins Inventar. Mein Inventar ist scheiße, Mensch, gerade. So, das da rein, das da rein. Spinne. Ich mach, ich mach, ich mach. So, schon. Oder so. Wir sammeln auch gerade wieder... Wir sammeln auch gerade wieder... Erst mach ich. Sammeln auch viele... Viele Scheiße. Hätt doch Fackeln mitnehmen sollen. Ja, aber... Hier ist doch Kohle, ne? Ja. Kein Holz. Tu den Müll hier in die Kisten rein. Spider-Eye. Iron Chest. Golden Boots. Sachen, die der Mensch nicht braucht. Digga. Digga, Digga. Digga, Digga, Alter. Ja, wir haben noch... Oh, shit. Die Nachbarn. Ich hab die Karte groß gemacht. Wie ging das nochmal weg? Ich hab den Schock gemacht. Kann man die Karte nochmal kleiner machen? Weiß nicht. Müssen wir kurz damit leben. Bruder. Du hast gar keine Fackeln mit, oder? Doch. Ich hab neun Stück noch. Ich setz doch hier die ganze Zeit Fackeln. Mal kurz hier in die Ecke stellen. Ich glaub's dir was hier passiert, Alter. Leck. Leck. Leck? Ja. Ich muss auch mal was essen. Wo macht der hier nix? Hinter mir. Bestimm mich kurz hier hinten mal in die Ecke. Ja, die spawnen zu krass hier. Lass nochmal ein bisschen ein Stück zurückgehen. Ja, ich bin ja hier im gleichen Raum, wo du bist. Okay. Die hab ich schnell weggeschnetzelt. So viel, so viel Müll hier drin. Ja. Ich muss gleich unbedingt beim Looten aufpassen, was ich mitnehme. Ja. Mach mal hier so ein paar Sachen in... Instant voll. In meine Pouch rein. Nicht in die Ender Pouch, einfach nur in die normale Pouch. Ich bin ganz schön viel Müll hier drin. Egal. Und wie hab ich die Karte größer gemacht? Das ist natürlich auch ein... Oh, ich hab drei Sticks. Problem, ne? Irgendwas hat Sticks gedroppt. So. Okay. Zwölf Fackeln hat er. Es war irgendeine Taste, die ich gedrückt hab, dass... dass das hier größer gewonnen ist. Angezoomt oder die Map an sich? Die Map ist viereckig jetzt. Ach so. Hm. Sollen wir sonst die Fackeln wieder mitnehmen? Würde mich ja belasten, ne? Gut, das ist gelehrt hinter dir. Ich bin... Hier links rechts ist nix mehr, oder was? Ne, da... Also hier war ne Kiste, die hab ich leer gemacht. Hier ist halt noch ein Spawner, aber ich weiß nicht, was dahinter ist. Naja, ein Rither... Einen Blaze Spawner würden wir merken. Also ist das erstmal egal. Hier ist noch ne Kiste. Nix drin. Wenn du irgendwo Wizzerschädel... Es gibt hier so Katakomben, wenn da Wizzerschädel drin sind, die mitnehmen. Ja. Ja, okay. Da hinten die Kiste ist nicht. Ja, dann lass zurück. Lass heim. Also, ins nächste... ins nächste Loch. Digga, geh doch nach Hause. Zurück. Äh... Mist. Ocean of Regeneration, nehm ich sogar mal... Oh, ne Gasträne. Genau. So, den Müll erstmal hier in der Kiste lanzen. Ah, hier sind Blazes? Ja, dann geh nicht rein. Wenn die reinschießen, wird's eklig. Äh... Pass auf. Ich muss kurz nur hier mal... Alles wegschmeißen. Ne, das nicht. Das kann weg. Die kann ich mir gönnen. Das kann weg. Ey, wir sind so kurz hier unten, ne? Ich hatte null Level. Ich hab 22 schon. Ja. Ja, ich bin auch relativ hoch. Ich hab 13 jetzt. Okay, Blazes wird jetzt eklig. In der Mitte ist nämlich ein Lava-Becken, da müssen wir aufpassen. Ja, ja, ja. Gut, dass du dann hier unseren Fluchtweg kaputt machst. Sind die Spawner safe so, oder sollen wir die nochmal abbauen? Bauer ab. Wir brauchen eh keine Spawner. Wir haben jetzt keine Blöcke, ne? Wollen wir uns irgendwo Blöcke klauen? Du kannst aus dem Boden, aus dem anderen Gang die Blöcke nehmen. Hier ist Lava. Schön. Weil wir brauchen auf jeden Fall... Hier kannst du deine Mitte zu bauen. Hier so aus der Seite. Hier die Blöcke. Ja, ich bin schon dabei. Hier. Ich glaub, du hast genug jetzt. Das ist ein großes Loch, ne? Ich weiß nicht, ob das genug ist. Hier ist aber auch ein großes Loch. Ich hab 31 Blöcke. Okay. Das sollte reichen. Pass auf, ich schieß. Schieß die ab. Bau du den Boden. Okay. Die sind unten im Lava-Becken drin. Alles gut. Von wo? Von unten, ne? Ja. Pass auf, links unten. Von hier. Ich hab den einen gemacht. Ich glaub, den Blaze wird. Nice. Ich brauch nur Blöcke. Ich hab keine mehr. Musste abbauen gehen. Ich lauf zurück, ich lauf zurück. Ja. Ich kämpfe in der Zeit. Haben wir keine Fire Resistance Potions hier? Nee. Ich baue noch ein paar Blöcke ab. Gerade spawnt nix. Soll ich mal einen direkt fangen? Kannst du machen. Komm spawnen. Okay, ich komm wieder mit 14. Ja. Ja. Gerade spawnt nix. Kein Bock mehr. Ich hab echt keinen Bock. What the fuck. Die fallen aber von oben runter, ne? Ja, ja. Die spawnen hier in diesem Block drin. Oh, was fehlen jetzt? Fünf? Hab einen Blaze. Gefangen. So. Den kannst du mit dem Lasso gar nicht sofort fangen. Du musst den erst hitten. Das ist voll gefährlich mit meinem Rob-Kill. Pass auf, ich bin wieder. Ja. So, jetzt können wir hier in Ruhe. In Ruhe fighten jetzt. Ja. Vielleicht ein bisschen mehr Spawn-Room bauen hier. Meine Pig-Axe ist gleich kaputt. Ach, du hast nur ne normale dabei, ne? Ja. Ja, ja. Das war... Ich habe auch keine neue... Oh! Alter, mein Rapier ist so krass, Mann. Boah, Multencore hab zwei Blaze-Rods. Ich hab vier. Dein Rapier ist... Was hat deiner denn? Der ist halt schon gelevelt. Mein Name ist auch gelevelt. Aber deiner haut auch gut rein, du brauchst einen Hit mehr als ich. Ja? Sag ich ja. Meiner ist auch gut gelämmert. Dann ist auch gut. Ich bin schon bei ADEPT bei meinem. Ab ATTACK 10,21. Accused... Steht hier. Accused... Oh mein Gott. Werd' wieder ausgelacht von... Accused. Kann den Spawner aufmachen. Ist der Spawner eigentlich hier im Obsidian drin? Der ist hier im Obsidian drin. Wenn wir den aufmachen... Mach mal lieber kein Licht rein. Daaa! Ein Löchlein reinmachen und dann geht's. Ein Löchlein schließen? Hm. Spawner. Spawner. Ich mein, wir haben vier Stück. Aber wir brauchen die halt für Portable Endertanks, weißt du? Und die sind gut. Ich habe ja jetzt gerade nichts noch eingekriegt. Und die spawnen gerade eigentlich relativ entspannt. So, du hattest vier Stück? Ja. Ich hab drei, dann haben wir sieben. Für einen Endertank brauchst du vier. Ja. Wir brauchen zwei davon. Da ist so einer. Ich will meinen Bogen eigentlich mal testen. Lass mal einen gleich. Mein Bogen funktioniert hier unten nicht, weil hier keinen Blitz einschlagen kann. Also. Ja, meiner geht. Also meiner geht. Ah doch! Lass mal kurz. Take a aim. Das war's. Das war gut. Mit einem Schuss war der tot. Ich hab den auch vergiftet hier mit so einem Giftpfeil, siehst du das? Du hast Giftpfeile? Was ist denn mit dir? Was hast du denn da alles verzaubert, Alter? Arrows of... Arrows of Poison. Echt? Du hast Giftpfeile. Du hast Giftpfeile. Du hast Giftpfeile. Du hast Giftpfeile. Ja. Cool. Den war ich auch nochmal hier mit dir. Die in der Wand hängen. Ein Herz mitnehmen hier. Ein bisschen Quarzen für den Rapier, weißt du? Damit man noch einen Hit weniger braucht. Ja, krass, Leute. Krass. Ich würde sagen, das sollte es jetzt erstmal gewesen sein für diese Folge. Wir stehen hier unten noch ein bisschen mit Killen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Haut das mal rein. Tschüss. 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 Tschüss.